So Leute, heute für euch im Test die Vesuvio Nummer 1 Blackbox. Wir haben alle drapiert. Für Stück ballern wir jetzt hier und weg. Einen erstmal einzeln und dann drei auf Schlag, oder? Nice. Der sollte mal richtig Gas geben zum Ende hin. Ja, zum Ende sollte er richtig Gas geben. Jetzt drei auf Schlag, oder? Was ist denn in der Mitte los? Ah, jetzt. Geil. Geil, geil, geil. Ja. Ja, Kaufempfehlung, oder? Auf jeden Fall. So, aber eine Sache fehlt da noch. Ein vierfaches... LUIS!